So, ich werde heute hier übernachten auf meinem Raise the Bed, erhöhten Zweigbett in meiner Hütte, denn es ist Laubhüttenfest und habe schon mitgebrachtes Essen gegessen. Ich freue mich richtig, offiziell meine erste Übernachtung in diesem Jahr. Kürbisse, Kräuterbaguette gegrillt, auf der Buschbox. Mal aufwärmen. Ich bin hier in meinem Schlafsack eingepummelt. Und mir geht's gut. Hab' ne schöne Ruhe. Gute Nacht. Gute Nacht. Es ist jetzt gespätestens jetzt. Für die Vormiternacht. Bin aufgewacht, weil es mir zu warm war. Der Mond scheint helle. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Durch die Zweige durch scheint der Mond. Und ich habe mir entschlossen, mein Hemd auszuziehen. Die lange Hose und den Schal. Es war mir zu warm. Ich hab' geschwitzt. Ich hab' den Schlafsack wirklich unterschätzt. Na gut, dann schlafe ich jetzt weiter. Ich hab' den Schlafsack. 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 Zum finally haben wir die Samma. Die Schlafsack. Guten Morgen, frisch ist es, frisch ist es heute früh. Die Übernachtung war gut, eigentlich ohne Zwischenfälle, innerhalb 3-4 Mal wach geworden. Aber ich glaube, das gehört dazu. Sogar wenn eine Eichel irgendwo sich durchs Laub gemacht hat und runtergefallen ist. Außerdem hört man die Autobahn gut. Das erste Mal bin ich aber wach geworden vom Mondschein. Und dann war es wieder bewölkt. Gott sei Dank habe ich aber keinen Weg gekriegt. Ich brauchte das Dach nicht testen. Also. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube.